Guten Tag, mein Name ist Patrick Jansen. Ich bin Associate Director und Industry Analyst bei S&P Global Ratings im Bereich Retail Media Leisure. Ich stelle Ihnen heute Highlights aus unserer neuen Studie Retail Industry Top Trends 2017 vor. Der Brexit kommt, doch er ist nicht das einzige politische Risiko. Der Ausgang der Wahlen in Deutschland und Frankreich ist ungewiss. Klar ist, dass neue politische Kräfte am Boden gewinnen. Wir erwarten eine Zunahme protektionistischer Maßnahmen. Dies wird einen Effekt auf die Handelsströme haben und exportorientierte Unternehmen belasten. Wir gehen daher von einem schwächeren Wirtschaftswachstum in Zukunft aus. Zudem erwarten wir eine wieder zunehmende Inflation. Denn Rohstoffpreise haben ihren Boden gefunden und beginnen wieder zu steigen. Höhere Inflation auf der einen Seite, schwächeres Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite. Das ist ein schlechtes Umfeld für den privaten Verbrauch und die Unternehmen des Einzelhandels. Margen in der Branche dürfen 2017 schrumpfen. Daher ist unser Sektorausblick für den europäischen Einzelhandel nur stabil bis negativ. Makroökonomische Risiken sind allerdings nicht die einzigen Herausforderungen für den Sektor. Das Konsumverhalten der Verbraucher ändert sich stetig. So beobachten wir bereits seit langem einen Trend zu mehr immateriellen Gütern im Konsum. Das heißt, Verbraucher geben mehr Geld für Urlaube und Reisen aus, aber eher weniger für Bekleidung und Möbel. Zudem nimmt der Anteil der Generation Z an allen Konsumenten zu. Generation Z ist die nach 2000 geborene Generation, die ein ganz natürliches Verhältnis zu neuen Medien, Internet und E-Commerce aufweist. Apropos E-Commerce. Dieser wird auch 2017 der Wachstumstreiber im Einzelhandel bleiben. Dennoch birgt er ebenfalls Herausforderungen. Investitionen sind erforderlich, um die Online-Plattform aufzubauen. Zudem tun sich gerade traditionelle Einzelhändler schwer mit der höheren Preistransparenz im Internet. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schauen Sie in unser Retail Top Trends 2017 auf www.spratings.com. Danke fürs Reinschauen.